es war kein äh Jun du kennst noch das Mädchen was von dir erzählt haben? ja natürlich Marka kenn ich noch seitdem bist du äh Berater für Homosexuelle wie du es selbst gesagt hattest aber den ganzen Namen weiß ich nicht mehr Doktor Marka Gassiris war so ich schick dir mein Foto von ihrer Freundin ich habe Angst Marka ich habe jetzt Angst wenn du schon so anfängst also Marka hat schon mal Probleme gehabt kann ich ja so erzählen mit jemandem und äh seitdem ist er Berater für Homosexuelle und er will jetzt von einem Mädchen seine Freundin ihrer Freundin das Bild mir schicken ich hoffe ich habe es richtig jetzt aus äh ihr wisst schon gesagt so ich warte noch nämlich noch alles klar warum nicht warte mal jetzt musst du sagen wer wer ist links ist sie und rechts ist ihre Freundin oder andersrum weil sie sie er sieht echt wie ein Typ aus er ist extrem wie ein Typ also schon heftig ja ja gut aber so vielleicht kenne ich auch ein paar die sich wie ein Typ anziehen ähm ich war in der Grundschule ja schon echt exotisch mit meinen mit meinen beiden und was beiden und Grasgrünen Jeans Beige achso so wird Beige geschrieben oh ich habe mich nach Beige falsch geschrieben ich habe aber B E G E scheiße nein man schreibt B E G tatsächlich Beige Alter was ist das denn für eine Schreibweise und warum trägst du grasgrüne Jeans Nordic feste Freundin ich bin heute sogar eigentlich in Mode ja ich finde das ist auch die ich hatte auch mal eine orangene Hose ja bei Frauen ist das ja noch okay sag ich mal so aber bei Männern die tragen ja heutzutage schon oder die Jungs meistens tragen ja schon solche Hosen die enger sind als Frauenhosen also sie sind ja wirklich ganz dünn am Bein und im Schritt auch extrem dünn ich verleg mir so Alter das tut doch voll weh ich weiß noch meine Mutter hat mir mal so eine Hose gekauft als ich dachte ich würde sowas tragen und ich kam mit meinem Fuß einfach nicht durch das Bein war einfach viel zu eng mein Fuß war zu groß das war so Mobbing aber ich muss sagen also für mich sind es echt nichts ich werde sowas ich kann sowas nicht tragen ich bin mehr der Mensch der weite Hosen also eine normale Jeans aber die muss richtig viel Platz haben also extrem viel Platz von mir aus kann sie auch rutschen bei Jeans also ich mag das lieber wenn die Hosenbeine halt so ungefähr so wie die Beine halt sind also dass sie halt schon recht eng anliegen und vor allen Dingen dass die nicht zu kurz sind ich hasse es wenn ich mich hinsetze und die rutscht dann hoch so dass man die Knöchel sieht ich hasse das vor allem im Winter ja ich kann mir das Ekel davor vorstellen ich mag die Hosen wenn ich sogar schon drauf treten kann so mag ich die am liebsten ja also mit der Hacke das fand ich früher auch immer klasse warum zerschneide ich hier schon wieder Dinge hör auf so warte mal es sieht einfach aus wie ein 10-jähriger Junge nee ich schreibe mit der rechten nee sorry linken was denn jetzt Marka alter fuck ich hab mich verschrieben ja ich hab's gemerkt Marka alles gut aber ich seh heutzutage sehr sehr viele Jungs vor allen Dingen die Fünftklässler bei uns die laufen alle auch mit grünen und blauen Hosen rum also nicht so Jeansblau sondern wirklich so ein unnatürliches Jeansblau das ist wirklich so ein Blau-Blau so dann fangen wir jetzt mal an und teilweise auch mit roten Hosen ja gut Blau-Fino oke aber rot so mein Engel ähm meintest du gerade mich wo heißt Engel mit Nachnamen locks lassen wir das mal gelten ja danke von enemy fürs hosten vielen dank kam jetzt kein alert ich weiß nicht warum sind alert kaputt alert box please do you think hallo irgendwie ja gut wie gesagt danke enemy fürs hosten irgendwie kam jetzt kein alert ist irgendwie ist da gerade was wir kaputt ich weiß nicht aber trotzdem und tut mir leid dass er jetzt wieder ausgerutscht über alle jetzt genau bestimmt zerschnitten das hätte ich bewusst wo jemand ist auch was sie mit meiner schere zerschneidung ernsthaft wo ist der liegt direkt vor mir ich bin blind und irgendwann hast du auf einmal deine kopiks zerschnitten das wird niemals passieren ich finde es ist irgendwie heftig so teure stifte aber gut wenn man das haben will das hättest du nicht sagen was denn die sache mit den kopiks weißt du gibst auch allen möglichen geld für so viel scheiß aus vor allem nicht gerade wenig ja nee das war nichts nein das war jetzt nicht so gemeint ich kann mit den stiftnimmeln was anfangen ja mein ja ich fange damit auch was an es war nicht so gemeint charlin es war so gemeint so es war wirklich nicht so gemeint mit mit es ist so ein billiger stift nein ich meine billig was ja gesagt teurer genau deswegen ich weiß ihr könnt damit mehr anfangen als ich ich verstehe davon wenig es ist einfach nur so heftig dass solche stifte so teuer sind das ist noch die billigste war hier es gibt noch wesentlich teurere stifte habe ich gesehen chameleon stifte von denen ich zwei stück habe die ich mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann die kosten wenn sie günstig sind 5 euro 50 wenn sie günstig sind ein einziger und weil der so ein erhält auch wahrscheinlich aus lange oder ich weiß es nicht meiner ist gott sei dank noch nicht leer er wäre ja blöd denn die dinger nicht so lange halten für den gefühl preis nur weil es ist oder was ne diese chameleon stifte die haben da so ganz mal so da ist halt noch so eine zusätzliche dritte stiftspitze mit drin die halt die farbe so rausziehen da kannst du halt so ein farbverlauf mit einem stift machen halt von ganz hell zum dunkelsten farbton die diese arbeit zu bieten hat aber ich kann damit auch überhaupt nicht umgehen so großflächige sachen kannst du damit überhaupt nicht machen kann so keinen gleichmäßigen farbverlauf hinkriegen plötzlich scheint sie ihre erinnern genau neulich das kann auch mal passieren in letzter zeit hat schalina ein bisschen probleme mit scheren und sachen seit gestern ich hatte so weit ich weiß schon ich wollte es noch nicht ausbetonen ich hab auch früher in der schule immer meine radiergummis zerschnitten solche leute hab ich sag mal jetzt mal habe ich nicht gemocht weil immer so kannst du mir radiergummi geben ja hier und dann krieg ich immer dieses meistens kennst du die rot blauen dinger dann krieg ich immer die blaue seite und ich will die nicht weil die immer so kratzig ist ich hab mir letztens die ist auch gar nicht zum radieren da keiner weiß wofür das da ist also auf der verpackung stand für tinte das ist aber ein mythos das haben die nur gemacht weil das so viele leute mal behauptet haben das stimmt aber eigentlich gar nicht fragen wir galileo die wissen bestimmt nein oh ich hasse galileo aber ich fand es früher immer ganz cool äh ich hab mir letztens keramikstiffe gekauft vier verschiedene stück tschüss äh tschüss zwölf euro achso was keramikstiffe und keramikstiffe so dass man keramik bemalen kann kannst du so tassen und sowas selbst bemalen das ist cool sogar für zwei Frauen das kann man bei dem Erdbeerhof kann man das machen wo man eine Tante Spröhr gearbeitet hat mhm das hab ich sogar mal gemacht ich hab meiner Mutter mal so eine kleine ähm keramik Herzdose geschenkt die ich vorher so selbst vermalt hab das ist aber nett deswegen weiß ich das auch noch haha ich glaub die haben wir sogar noch irgendwo müssen wir mal Papa fragen Nordic schreibt grad ich habe meine Stifte angemalt krasser Typ das hab ich früher aber auch gemacht was das mach ich sogar jetzt gerade warum malt man mit einem etwas was malen kann andere Sachen an die malen können einfach nur so um sie zu markieren äh keine Ahnung naja unter markieren steche ich mir was anderes vor aber ich glaub das passt hier nicht grad rein äh nein ich pinkel nicht drauf das war auch nicht so gemeint aber in der Art ja oder so nach dem Motto angelegt meins ja genau so kenn ich das immer alles was ich ablecke ist meins 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 boah das das hab ich auch immer früher oder zum Beispiel du hast einen abgegeben und hast ihn dann nie wieder bekommen und dann so fünfte Klasse später hier hast du einen Stift wieder hä war so ein Stift von mir ha 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 der existiert noch ja hoch ich lebe noch oh mein Gott ich lebe noch ja das ist aber jetzt echt knapp grad dass ich noch lebe ach machst du schon danke sie haben mich gemerkt bemerkt oh mein Gott ja mir wurden immer die Stift geklaut das ist hart ja also geklaut das finde ich echt uncool ist echt nicht nett lasse oh alter diese Chameleonstätte stinken auch noch so hart ich riech das trotz der Erkältung das sind also die sind gut aber die riechen einfach versträmen oder was? So blöd. Oh Gott, kein Alkohol. Also pure Alkohol, ne? Echt? Pure? Relativ, also halt auf der Basis. Vom reinem Alkohol. Also Chemie-Alkohol. Hm. Ja gut, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nichts. Und Alkohol ist doch gar nicht so teuer. Voll die Lüge. Och Mann. Die Herstellung und dann mit den Farbpigmenten und all sowas. Und die Marke natürlich auch. Ja, gut, heutzutage bezahlt man immer die Marke. Apple bestes Beispiel. Bei den Stiften, bei den Stiften lohnt sich das wirklich. Weil die sind ja gut, auch obwohl sie ne Marken, Marken halt sind. Ey, das ist doch ne Verarsche. Vorhin hat's doch funktioniert. Komm schon. Hey Leute, drück diesen Follow-Button, den muss man auch nachher auch... Ha 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 ha. Ach, voll lieb von dir, Enemy. Voll lieb. Dankeschön. Das ist echt mega lieb. Also ich hätte echt gern die 100, aber ich glaube, das wäre ein bisschen wahrscheinlich schon hoch zu hoch wieder genommen. Ich will mich ja auch nicht überlegen hier. 23? 23? 23 fehlen mir nur noch. Ja, 77 hast du. Ich hab 77? Du hast 77. Seit wann hab ich 77? Steht da oben. Ja, das stimmt dann auch. 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 Okay, okay. Pau. Ich mein... Ja gut, sagen wir so, für fünf Jahre ist das... Heusliche Gewalt! Danke, Gräuschefuchs für ein Follow. Boah, hab ich mir schon wieder. Sagen wir so, ich bin ja jetzt seit fünf Jahren auf Twitch. Und... Ja. Wasch mir jetzt 78? Ich soll den Follow-Button lieber nicht mehr drücken. Ja, du hast den auch schon gedrückt, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Soll ich... 23 Accounts erstellen? Nein, Mark. Wir wollen das auf ehr... Ja, würde ich sagen. Wir wollen das auf ehrlicher Art und Weise machen. Oh, Mann. Das freut mich richtig, gerade. Ich glaube, ist das nur 79. Ich weiß nicht. Bei mir ist das nur... Ich kann das leider nicht aktualisieren. Heusliche Gewalt! Dankeschön. Dankeschön, Shalin, für ein Follow. Ich sage siekken... Dankeschön. Ich sehe siekken.